ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Roboterfreund, wie geht´s dir? Mal gucken wo die kommen jetzt hier Ja mit der Pumpe alter, müsst ihr mal geben Oh lol, was ist das für ne Knarre man Diese One-Shot-Scheiße Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet Hinter uns Ich schon Kreuz noch Backup Der geht jetzt echt in die Mitte, Mann Leute, wo kommt der denn her, der andere? Der Mini jetzt Er springt einfach runter, der Bot Boah, krass Boah Nein Ah Lustig ja Sie haben unseren Roboter ausgeschaltet Drohne nähert sich Deine Grenze verfügbar Grenze verfügbar Von welchen von hinten? Gibt mir ne Sam-Tex, die hat er auch bei White-Warner sich jetzt müssen Ah, das muss ja Lösungen erhalten Nein Aber der ist fast ein Ziel, der ist fast ein Ziel, Mann Soll gleich Sie haben unseren Roboter ausgeschaltet Ich hab ja voll den Wohlfuck gemacht Und Sperrewacht mit dem ein schlachtfeld Ok, ich bin weg Nein, wir nehmen wirklich einen Nooktuber mit Das sind ganz viele, letzte Runde auch schon Der ist ja zu low Aber wir hatten auch eh wieviel Zeit, ne? Das ist voll schwer, bestimmt Oh lol, schön Da ist es voll weg, also zurückgang Dann könnte man locker auch so einen Ace damit machen Einfach so, wenn die alles stehen bleiben Man kann die Kills ja hier sofort einsetzen, voll gut Drohne Missionszeit bei 50% Konterdrohne in Bereitschaft Oh, die aufstehen Danke für die Arbeit Drohne verlässt Einsatz genießen Terminiert Hellstorm erwartet Konterdrohne näherz Halbzeit Treibstoffkontrolle Drohne näherz Toll, die kommen jetzt kaum raus Boah, einfach zu viel Ich wusste gerade nicht auf welchen Gegner ich schießen sollte, Alter Verbündete Schwebeladung unterwegt Was? So, der hat hier One-Shot-Knarre Nein! Fuck! Die kommen jetzt auf D Okay Spot ist down Effekt Gegner zerstören Oh Mann Perimeter auf 10.000 Fuß über Normal Null Ja, wie schnell ich dropp, Alter Richtig, verarscht Gefallen Ausgestattet Gefallen Ausgestattet Gefallen Alles klar Oh, linke Seite, ganz linke Seite irgendwie Verbündete Konterdrohne näherz Drohne verlässt Einsatzgebiet Mobile Artillerie ausgeschaltet Nah, fuck Hellstorm unterwegs Fuck, 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 fuck Drohne näherzig Keiner in die Mitte, oder? Hallo Hallo So, ich bin da Hallo Hallo Wir spielen gerade den neuen Modus, der ist cool Gut Dann warte ich so lange hier und guck mal Ja, zwei Minuten dauert es noch Ja, ist gut Hinter euch, in der Mitte Verbündete Heldsdorf unter Krabbel Wie ist das, wie ist der Modus so ganz gut, oder was? Boah Machen Sie sich die Übereitschaft Drohne nähert sich Hehehe, ich weiß nicht, Alter Schädelladung unterwegs Drohne nähert sich Drohne erwartet Befehle Konter Drohne in Bereitschaft Drohne im Luftraum Gegenspionage aktiv Die Sensoren erfassen das Ziel Der Sperber ist halt voll OP gegen den, ja? Zwei Pfeile und das Ding ist down Aufwärtskopf, der ist nebenan Der eine ist runtergefallen, ja? Zwei, eins Drohnen Missionszeit bei 50% Du musst immer rein, zwei Euro feuern Dann triffst du einen Dann triffst du einen Ja, ich hab beide gekocht Ich kann da gar nicht nehmen Sie sich gerade Drohne nähert sich Ah, das haben wir schon gewonnen, das Ding Ja, eigentlich schon Drohne verlässt Einsatzgebiet Der Sieg ist in Sicherheit Weiter so Drohne verlässt Einsatzgebiet Verbündete Drohne nähert sich Hinter uns kommen die jetzt nicht Andere kommt durch die Mitte Hinter uns! Ah, fuck Fuck, 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 fuck Kriegen die niemals mehr hin Ist halt kein Camper-Mode, ne? Hey Ja, dann fühl ich mich da ja wohl Drohne nähert sich Die Zeit läuft uns davon, beenden wir es Das ist richtig lustig Geil Wir haben ein Hellstorm unterwegs Die haben halt keine Chance, ne? Ja Wir haben hier gewonnen hinterlaufen Ja, sieben Sekunden, das Ding ist uns Drohne bereit zum Einsatz Drohne bereit zum Einsatz Na, gewartet, uh! Hm, hm! Hm, hm! Battery erledigt Aber habe ich jetzt keine Tarnung auf der Knarre Hallo? Ja, da bin ich mal weg, das ist der Kone So, das war, äh, pack wahrscheinlich Ja Klerat, äh, Klerat LOL Was geht mit dir, Alter? Klerat Klerat Ich habe weniger Tote als du, du, du Ich habe weniger Tote als du, 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 du Untertitelung des ZDF, 2020